Was machst du aktuell und die nächsten zehn Jahre, die du siehst? War schwierig, muss ich kurz überlegen. Also aktuell liegt mein Fokus und auch ein bisschen meine Leidenschaft und meine Berufung darin, dass ich mit der Firma Dynafit in diesem Freetouring-Markt, in diesem Freerad-Touren-Markt wirklich Material entwickeln will, das wirklich für Leute gemacht ist, die sich seine Linien selber erarbeiten. Das heißt, wir möchten Ski bauen, wir möchten Schuh bauen, wir möchten eine Bindung bauen, die das Ganze anfordert. Meine Idee ist, ich möchte ein Ski fahren, ich möchte eine Bindung fahren und ein Ski fahren für 90% meines Winters. Das ist meine Grundidee und das ist möglich.